Island. Ein Land voller Extreme, das sich gegen die raue Natur und wildes Wetter stemmt. Augsburg. Der kleine Underdog, der sich seit Jahren gegen die großen Delika behauptet. Island. Eine Nation, die verbindet. Hier kennt sich jeder, hier schätzt sich jeder. Augsburg. Ein Team, bei dem es nur über Zusammenhalt und Teamkreis geht. Island. Ort meiner Kindheit. Augsburg. Seit mehr als drei Jahren mein Verein. Diesen Weg will ich weitergehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017